Gar nichts. Der Winter ist kacke. Der Winter ist kalt, scheisse. Schlittelrennen! Wenn du dich schnell bekommst, alle aus der Bahn werfen, wer sollst du denn nicht gekriegt? Braulio. Im Winter kannst du einfach mal zuhause sein, ohne schlechtes Gewissen. Weil es ist eh immer scheisse Wetter. Und es ist kalt. Du kannst einfach zuhause chillen, um nichts zu machen, und ein Buch zu lesen. Und es ist mega okay, du musst nicht rausgehen. Kalt, dunkel. Der Winter hier unten im Unterland ist beschissen. Wiederum ist der Winter in den Bergen so das Wunderschönste. Es hat immer blauen Himmel. Es hat so gut wie keine Nebel. Ab und zu schneit es mal ein bisschen, aber wenn es schneit, dann ist es gleich mega idyllisch. Äh, kalt. Und dann kommt das Lied All I want for Christmas und alle rasten aus und es ist verdammt lustig. Dunkelkalt, dunkel. Ich stehe auch nicht gerne auf, aber im Winter, als erstes auf die Piste sein, wenn es noch so die Rille drin hat, dann einmal runterfetzen und dann schaust du hoch und dann sind die ersten Spuren und dann sind deine. Das ist geil. Schneematsch. Fick die Schnee manchmal. Dann kommt es dann Schnee dieses Jahr in der Stadt. Das wäre wohl mal die Genugtuung schlechthin für mich und meine Winterschuhe. Kein Witz, ich habe wirklich keinen Winterschuhe. Was ich geil finde, ist Wintermode. Geile Bullies, Kappen, Schal. Du kannst immer so einkuscheln. Im Winter gibt es so ein richtig nice Essen. Es gibt so Glühwein und Lebkuchen. Ah, das Alper-Macaroni am Weihnachtsmarkt. Es gibt so viele Sachen, die man hier bei den Bergen machen kann. Skifahren, Snowboarden, Schlitteln, Schlittschühnchen, Apreski machen, mit Skifahrt davor, ohne Skifahrt davor. Aber auch Snowboard, das ist so anstrengend. Skikeller, stinkt nach toten Katzen. Bis du mal auf dem Skilift bist, musst du früh aufstehen, was sowieso nicht mein Ding ist. Dann bist du auf dem Skilift den ersten Jahrmorgen, wenn du noch geil bist, mit den Riffen, verkantet Bein gebrochen kannst du wieder nach Hause. Das ist was zählt! Hört auf mit dem Scheiss! Didier Göscht. Grüezi. Best friends. Wenn du dich aufs Piste-Fetzen freust, dann abonniere Easy Magazine auf YouTube. Roger mit inventions ausbrechen im Hammer. Schleifft keine einen拍子 von • Piste. Ja! I am Hammer.